Hallihallo, guten Abend und herzlich willkommen beim dritten Online-Deal heute wieder live aus Bad Gandersheim. Heute haben wir einen Doppel-Deal, also zwei Deals sozusagen in einem. Schön doppelt gemoppelt hält besser. Kommt mal mit, mal sehen was wir heute haben. Es wird ja immer beschwert, dass wir nichts für den Haushalt machen, nichts für die Damen oder die Herren, die zu Hause für den Haushalt zuständig sind. Heute ist es soweit. Heute kriegt ihr für den Haushalt. Und zwar haben wir heute, schau mal hier, einen wunderschönen Kontaktgrill. Schau mal, fettfrei, soll gesünder sein, soll besser sein. Unter 39 Euro ist sowas überhaupt nicht zu bekommen, aber das wisst ihr sicher. Wenn ihr mal online schaut, wir haben dieses Teil in einem Online-Versandkarton, das ist nämlich von einem großen Fernsehsender, der die Dinger verkauft, nämlich für 39, 99, tausende haben wir Überhänge bekommen. Schaut euch das mal an. Das ist ein richtig schöner Kontaktgrill im Edelstahl, große Maße, natürlich, dass man auch was draufkriegt. Das Schöne an diesem Teil ist, hier per Knopfdruck auf beiden Seiten kann man diese Teflon-beschichteten Grillplatten abmachen und wunderbar sauber machen oder auch einen Geschirrspüler. Und man kommt unten drunter, um den Dreck wegzumachen. Einfach wieder einhängen das Ganze und das Schöne ist, auf Knopfdruck hier, der Button, hat man einen kompletten Edelstahlgrill als Elektrogrill. Stufenlos regulierbar, ganz leicht und auch wieder hier, zack, zum zumachen. Hier hinten natürlich zum Fettauffangen, damit wenn das bisschen aus dem Wasser, das Wasser und das Fett aus dem Fleisch rausläuft, direkt hier zum Auffangen, zum Reinigen. Das ganze Teil bei uns 19,99 Euro zu bestellen. Unten drunter wieder per Mail. Und damit wir einen Schmerzlinderungsbeitrag wieder haben für unsere Transportkosten. Transportkostenschmerzlinderungsbeitrag ist wieder der Fachbegriff. Gibt es von Bachblüten Bonbons, hier Bio-Bonbons, Bachblüten, fühl dich sicher. Blutorange, richtig lecker, kosten 2,79 Euro, drei Päckchen gratis obendrauf. So, damit die Transportkosten nicht so weh tun. 4,99 Euro ist ja der Versand. Das ist Deal Nummer 1, ja, heute. So sieht das Ganze aus, ja, als Paket. Dann haben wir noch ein Deal Nummer 2, und zwar Staubsauger. Vom allerfeinsten Zyklonsauger. Hier, ein Riesenteil. Schauen Sie sich das Ganze an. Gibt es in Rot oder in Blau? 2400 Power Watt. Das Ding saugt richtig einen Schinken vom Teller. Da kann man richtig nochmal versaugen. Schauen Sie sich das ganze Ding schon mal an. Ich stelle das mal hier her. Zyklon-Technik ganz leicht. Raus, rein, das ganz leicht zu reinigen. Man braucht keine Beutel und spart natürlich in Zukunft Kosten. 39,99 Euro ist bei uns der Werbepreis hier im Markt. Und Sie kriegen ihn genau für denselben Preis. 9,39,99. 4,99 Euro Transport. Und auch hier wieder unser Transport-Schmerz-Linderungsbeitrag. Gibt es heute einen Edelstahl-Wasserkocher dazu. 1,7 Liter Fassungsvermögen mit Abschallautomatik. Kabellos. Das Ganze, normal, 9,99 Euro. Den gibt es gratis obendrauf. Geschenk kostenlos. Und wo guckt man im geschenkten Barsch nicht hin? In die Kiemen. Genau so sieht es aus. Also, jetzt unten drücken, Mail schicken. Und wehe, ihr bestellt nicht. Dann gibt es einen auf den Kinn. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss, schönen Abend noch.